Könnt ihr euch noch an den Golf 6 1,4 TSI erinnern, den ich gekauft habe? Einfach von jetzt auf gleich Motorschaden. Mund abwischen, haben das Ding einfach von neu aufgebaut. Mit allen Verschleißteilen, die ihr euch so vorstellen könnt an einem Motor, haben wir gemacht. Natürlich den Turbolader auch. Dann kam Andreas, mein Arkadash und meinte, Jonas, hättest du Atonium genommen? Ich spreche jetzt immer noch falsch aus. Sorry. Hätte das Ganze gar nicht passiert. Bevor wir aber Atonium benutzen, haben wir gesagt, ich will jetzt wissen, wie viel PS unser Golf 6 1,4 TSI nach dem Motorschaden noch hat. Erstaunlicherweise hatten wir 133 PS. Normal wäre 122 PS. Also haben wir 11 PS mehr als Werksangaben. Atonium verspricht aber, dass wir danach mehr Leistung haben, weniger Verbraucher plus ruhigen Motorlauf. Bei diesem Video geht es auch darum, dass wir dieses Produkt mal ausprobieren und mal gucken, ob der mehr Leistung bringt oder nicht. Natürlich kann ich euch den Verbrauch nicht sagen, warum. Mein Bruder Ibi, der liebt natürlich meine Projekte. Der guckt auch jedes meiner Videos. Dankeschön für dein Support, Abi. Aber weil mein Bruder eher seine Meinung, wie das Wetter von Deutschland tausendmal ändert am Tag, hat er das Auto gekauft. Er hat angemeldet und nach einer Woche gesagt, ey Jonas, weißt du was, ich kaufe mir doch ein neues Auto. Timur hat diesen Golf 6 gekauft. Wir haben hier Atonium reingemacht und danach sind wir tausend Kilometer gefahren. Danach kam nochmal ein Ölwechsel und danach ist der nochmal über 2000 Kilometer gefahren. Jetzt wollen wir natürlich wissen, hat das Ganze was gebracht oder nicht. Das werden wir in diesem Video sehen. Viel Spaß. Willkommen bei den Kfz, es wird so schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Golf 6. Hintergrund wird hier fleißig, hier unser Prüfstand fertig gemacht. Warum? Weil wir diesen Atonium-Test jetzt endlich beenden werden. Ganz kurze Geschichte zum Auto. Ich habe den hier damals gekauft, hatte kurze Zeit später einen Motor Schaden. Wir haben den Motor komplett revidiert. So, sieht er jetzt aus. Oh, der sieht wie geleckt aus. Wie man sieht, Turbo neu, Hochdruckpumpe neu. Okay, der war aber nicht neu. Haben wir den ja gemessen gehabt und hatten anstatt 122 PS, 133 PS. Wir haben Atonium nochmal reingeklatscht. Also hast du jetzt welche Kilometer gefahren mit Atonium? 2000 ungefähr. 2000. Kannst du jetzt in diesen 2000 irgendwas sagen? Hat sich da irgendwas verbessert, versteckt das? Hast du irgendwie das Gefühl, der zieht besser? Der zieht besser. Der zieht besser? Der zieht 100 pro 4 besser. Also das ist mein Gefühl nach 200 Kilometern. Oh, halten wir so fest. Hat auch meine Mutter gesagt. Hat deine Mutter auch gesagt? Okay. Wie geht es dir? Ja, blenden. Gute Laune, Mensch. Haben schon viele nachgefragt. Genau. Ich war ja auf der Norden Motor Show, wie viele Leute gekommen sind und gesagt, ey, bringt Atonium echt was. Ja. Das wartet ab. Wir werden es heute testen. Genau. Wir haben ja schon 11 PS mehr. Wie viel Grad haben wir heute? 25 Grad? Ich habe gerade geguckt 21, 22. Die Bedingungen können ja nicht schlechter sein. Hier ist Andreas von Atonium. Ich sage jetzt immer falsch, ich weiß. Er ist neutral wie die Schweiz. Er ist der Käufer, dem ist sowieso alles egal. Ich gebe dir die Plattform. Was denkst du jetzt, wird dir jetzt trotzdem viel, viel besser sein als vorher? Ich sage jetzt 139. Er läuft sehr ruhig für einen TSI. Ja, ne? Hast du das Gefühl, Timur, seit wir einmal diesen Ölwechsel und Atomium reingekleppt haben, dass er ein bisschen ruhiger läuft? Ja. Ja? Was macht der? Der ist richtig ruhig. Der ist richtig ruhig? Natürlich, weil Kette und so ist alles neu. Kollege, was denkst du denn, dass er erst mal Kettengeräusche macht? Hallo? Macht er mich schlecht hier? Er ist immer noch tiefer, er hat immer noch die gleichen Reifen. Er sagt 139 PS, ich sage nichts, aber was mir echt auffällt, er läuft ruhiger. Das muss ich sagen. Wie ist der so? Super. Also bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Hast du irgendwelche Probleme? Nein, habe ich nicht. Sitzheizung? Sitzheizung ist problematisch. Hast du das mit Standheizung? Standheizung ist auch... Machst du das auch kalt und so? Ja. Der ist aber ein bisschen lauter noch. Ja. Ja, aber hallo, ey, für 280 Euro eine Standheizung. Wie ist die Kamera? Die Kamera ist super. Ja? Das ist ja alles. Ey, du geile Dings, Bildqualität. Wo du zurückgesetzt hast, habe ich gesehen, Kamera? Ja. Komisch, okay. Automat-Checkklappe funktioniert immer noch. Ja, funktioniert immer noch. Bist du noch zufrieden? Ja. Ist das Radio? Das ist super. Und Timur hat am Samstag Frühstück, also Daumen drücken, also Daumen geben. Dankeschön. Führerschein? Nein, Dings. Führerschein, Brüderschein. Führerschein, Brüderschein. Nein, der macht ja seine Geselle, ja. Mechatroniker, ich muss auch sagen, ne, Timur ist einer, also ehrlich, der arbeitet in seiner Freizeit bei mir, kostenlos, einfach nur zum Lernen. Und ich muss sagen, Alter, er arbeitet, als wird er voll viel Geld verdienen. Ne, also das muss ich sagen. In seinem Pass zurück. Das kriegt er ja da erst wieder nach dem Test. Nein, aber dafür hat er auch von mir ein superschönes Auto bekommen, ne? Aber ich muss sagen, ehrlich, er ist ein sehr, sehr fleißiger Junge. Sag ich nicht, weil du breiter bist als ich, aber... Ja, die klassische Situation, einer arbeitet, drei gucken. Warum? Ich arbeite auch. So, ja. Kamerade. Heute bin ich wirklich gespannt. Wir haben das schon mal einmal erlebt mit dem BMW und da haben wir es auch nicht glauben können. Verbrauch kann ich gar nicht sagen, weil ich hab den gar nicht gefahren. Und wie Kilometer kommst du mit dem Tank? Tank ungefähr 550, 600. 500, 600. 600. Wie viel tankst du? Also 55 Liter. 55 Liter? Ja, okay, aber du fährst ja auch überwiegend Kurzstrecke und Dings. Ja, es kommt ja auch drauf an, wie du den fährst, ne? Er hat frisch Führerschein. Ja. Kann sein, dass er ein bisschen mehr... Nein, er fährt doch anständig. Safe. Ja, sowieso. Aber es kann ja sein, dass er ein bisschen mehr beschleunigt, weil die 133 PS sind verlockend. 133 PS, 225 Newton. Wir hatten eine Raumtemperatur von 15,1. Wir können. Ja, werden wir gleich sehen. Die Drehzahl ist ja noch synchronisiert, die muss ja jetzt gleich sein, ne? Okay. Die Bedingungen sind schwerer. Haben wir im Fahrzeug wohl nichts gemacht. Also machen wir Kraft, ja. Ja, kannst du Kraft machen. So, jetzt wird gemessen. Ja, wir können. Vielen Dank. Okay. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Das ist die eine. Und das ist die andere. Also oben hat er sich auch irgendwie nicht so stark angefühlt, warum auch immer. Aber hier in dem Bereich ist er gleich stark. Vorher und nachher ist er irgendwie schwächer, warum auch immer. Hier kann das sein, weil wir jetzt, ich sag mal, 10 Grad mehr haben. Guck mal, sogar 24 Grad Raumtemperatur. Das sind 5, 10 Grad Unterschied. Theoretisch soll das durch die Korrektur schlussendlich ausgebügelt werden. Aber wie gut oder schlecht das wirklich funktioniert, das ist halt auch so eine Sache. Du siehst ja, hier wird ein bisschen was abgezogen. Also das heißt, er hat theoretisch mehr gemessen, aber durch den Korrekturfaktor etwas abgezogen. Und hier hat er jetzt halt was drauf geschlagen. Einfach aufgrund der Temperaturen. Ja, so rund 10 Grad Unterschied. Aber man sieht ja, dass... Also was Interessanter, wir machen gleich auf jeden Fall mal noch einen Lauf, ja. Aber hier ist er ja ziemlich gleich, ne. Ziemlich identisch. Und hier auch. Genau, hier zwischen halt nicht, ne. Warum auch immer. Warte mal, die blaue Kurve ist die jetzige? Blau und, nee, blau und rot ist vorher. Also hier unten siehst du es auch, ne. Das ist hier vom 21.02. Ach, die lila und grau ist von heute. Die dunklen, ja lila und grau, genau. Das ist von heute. Vielleicht die Temperatur? Ja, oder? Möglicherweise, ne. Wir machen auf jeden Fall mal noch eine Messung, oder? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ich war immer noch 131 PS, das ist immer noch gut. Und wir haben 10 Grad Unterschied, also... Das darf man nicht vergessen. Wir lassen den auch mal ein bisschen die Lüfte laufen. Ja. Weil der lief ja gerade die ganze Zeit raus. Ja, stimmt. Der lief die ganze Zeit, ja. Stimmt. Der war ja einfach ein bisschen warm, ne. Ja. Dann lass den abkühlen, ein paar Minuten. Ja, ich lass mal den. Ich mach mal den Vorbau an und lass den rein. Okay. Und dann machen wir nochmal. Es kann sein, einfach zu heiß war. Schauen wir mal. Na ja, Versuch mit nem kühlen Auto. Mal gucken, was es wird, ja. Ja, jetzt ist immer gespannt, ob das jetzt klappt oder nicht. Wir haben hier ein bisschen runtergekühlt. Ja. 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 136, ey! So obenrum hat er sich stärker gefühlt auf jeden Fall. Machen wir mal die von eben gerade weg, ja. Aber siehst du auch, läuft jedes Mal anders. Hier ist wieder ähnlich wie gerade. Guck mal, hier ist es relativ ähnlich wie gerade, ein bisschen schwächer. Aber oben raus, wo es wirklich um die Leistung geht, da hat er dann hier zugenommen. Und hier füllt er dann wieder ab. Sieht wieder ganz anders aus, ja. Aber ich denke, das kann schon an der Temperatur liegen. Aber was mich ein bisschen wundert vor allem, deshalb ist der Versuch vielleicht nicht ganz so geeignet. Weil der jedes Mal so ein bisschen anders läuft. Normalerweise, wenn du so ein Auto bist, sind die Linien schon relativ aufeinander, ja. Also ich sage jetzt mal so dicht beieinander wie hier. Ja, das ist ein TSC, das ist das Eigenleben. Aber guck mal, das ist die erste Messung, die 133. Ja, ja. Aber guck mal hier, guck mal bitte hier von da, wie viel PS Unterschied da ist. In der Stelle? Ja, da haben wir 127 zu. Ja, fast 128, ne. Zu. 131, ne. Ja, 4 PS mehr. Die Frage, warum läuft der so unterschiedlich, ja. Ja, aber. Das ist halt so. Das wird auch wahrscheinlich, oder vielleicht ein Grund gewesen sein, warum der beim ersten Mal schwächer. In der Linie ist was für Leistung. Rot und blau ist die ganze Zeit die Referenzmessung vom 21.02. Aber der lief ja die ganze Zeit, dann haben wir den hier rauf gefahren, nur abgestellt. Genau. Und dann angemacht, direkt gemessen, so. Der war wahrscheinlich relativ heiß, ne. Und du weißt ja, Ladenluftkühler ist ja bei dem genau eine Ansaugung. Wie lange haben wir den jetzt abgekühlt? Keine 5 Minuten. Ne, weniger. Und haben 3 PS mehr bekommen. Obwohl wir 10 Grad mehr. Aber hier ist auf jeden Fall schon mächtig was dazu gekommen. Ja, und das ist ja was wichtig. Also wenn wir jetzt diese beiden Messungen miteinander vergleichen, heute ist ja nun mal wärmer. Das ist halt schwierig, ja. Wie willst du jedes Mal unter den exakt gleichen Bedingungen messen? Ja, nur im Labor, ja. Also das wird nur im Labor funktioniert. Ich sagte, kühlen wir nochmal 5 Minuten ab oder 10 Minuten. Ich glaube, wir werden die 140 PS schaffen. Dann hätten wir vielleicht hier oben die Kurve, weil hier ist ja wieder zusammengefallen, ne. Da wird ja wahrscheinlich keine Ahnung, Bauteilschutz laufen, so wie hier oder so. Genau, aber das Geile ist, ach so, hier muss es jetzt wahrscheinlich. So wie es aussieht. Ja, Zufall. Das ist auf jeden Fall schon was. So ein Zufall. Deswegen habe ich ja immer gesagt, also das ist ja krass, weil wir ja schon viel mehr PS haben. Wenn ich jetzt anstatt die 122, 520 PS hätte und wir dann die 125 gemacht hätten, wäre ich auch schon begeistert. Ja. Aber das Geile ist ja, wir haben ja schon viel mehr gehabt als vorher. Und dann zusätzlich noch dazu. Ich sag noch mehr, hätten wir jetzt noch Getriebe bearbeitet, dann hätten wir noch mehr Drehmomente. Das heißt, keiner wird sich so ein Fläschchen kaufen, um eine Leistungssteigerung zu erhalten. Das ist der positivste Nebeneffekt, ja. Na andersrum, du hast mit der gleichen Pedalstellung, hast du einfach automatisch mehr Leistung. Darf ich eine Reibung oder wie erklärst du das jetzt? Also durch das bessere Abdichten hast du automatisch bessere Kompression. Und der Lauf ist runder. Ja. Also deswegen gibt es keine überhaupt Spitzen oder so, ne? Und der Motor schüttelt es nicht so. So weißt du, was ich aber gemerkt habe? Das sag ich dir jetzt mal Andreas. Ich habe ja auf YouTube, Atomium habe ich einmal eingegeben bei mir und bei mir ist das dann so, die haben dann mir Vorschläge gegeben. Und da draußen sind dann echt Leute, die dein Produkt gekauft haben. Ja. Und von sich aus selber, ohne dass du dabei warst oder gesponsert oder was auch immer. Ja. Und die haben auch alle positiv geredet. Das war auch Wahnsinn. Die haben alle gesagt, ey, da war so einer. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht, wenn ich ihn finde, verlinke ich das unten. Er hat auch so einen Golf 6 gehabt. Mhm. Der hat den auch gemessen. Also Geräuschemessung war leiser. Verbrauch war weniger. Mhm. Und das hat er einen Prüfstand gemacht. 100 Kilometer auf dem Prüfstand hat er gemacht. Verbrauch war weniger. Und der hat mehr Leistung gehabt. Auch, ich glaube, 6, 7 PS mehr. Und der war auch einer, der hat auch gesagt, ich werde nicht bezahlt, ich werde nicht gesponsert. Er hat das. Aber es ist nicht nur einer. Es sind mehrere Leute. Ich habe mehrere Leute gesehen, die das machen. Es ist ja Wahnsinn. Also viele sagen ja, okay, gut, Kraftstoffverbrauch ist so eine Sache. Kommt drauf an, wie man drückt. Aber viele sagen, ja, stimmt. Also vor allem, ich sage ja, Frauen sind unsere beste Kunden, weil die sagen, das Auto läuft leiser. Deswegen, also was wir auf den Messen sehen. Es kommen Männer auf uns zu und sagen, ja, mein Auto ist viel zu teuer. Ich probiere mal an der Frau hier. Und nächstes Jahr sieht man sich und die sagen, ja, haben wir geiles Zeug. Ich brauche für mein Auto auch. 4 PS sind 4 PS. Bei einem Motor, der schon viel mehr PS hat. Also die streuen doch meistens runter oder nicht? Oder sind die exakt? Ne runter nicht. Eigentlich alle leicht über Werksangabe, aber das ist schon sehr viel. Wenn die jetzt mit 122 PS angegeben sind und der hat 125 PS, dann ist schon gut. Ja. Der Timo ist jung, der muss dann nach Hause. Und Timo, wie war es für dich jetzt? Interessant? Das erste Mal gesehen? Ja, sehr interessant. Und du bist selber Misranika? Ja. Bist jetzt bald in der Prüfung. Also wie kannst du das selber dir erklären? Weil du bist ja in der Thematik drinnen. Mhm. Ich denke einfach, wie er gesagt hat, dass es halt mit den Zähnen einfach so einen Schutz hat. Bis du dann bessere Kompression hast und dadurch mehr Leistung. Ganz genau. Also das ist eines, was ich mir auch überlege. Ja. Die Schmiereigenschaften sich ja verbessern sollen. Was wir hier messen, ist ja im Prinzip immer angegeben Abkupplung. Die Energie im Brennraum ist ja immer die gleiche, die auf den Kolben drückt. So. Und je leichter sich das jetzt alles dreht, desto weniger Verluste sind ja auch da. Wenn du jetzt quasi mit deinen Armen an der Kurbelwelle drehst, das ist ja immer die gleiche Kraft. Du bist ja nicht plötzlich stärker, nur weil du was in den Motor reingekippt hast. Dann kommt natürlich auf der anderen Seite der Kurbelwelle mehr Kraft an. Ja. Also wenn die Verluste quasi durch Lagerstellen und so weiter einfach geringer sind, dann hast du auch intern weniger Verluste und demnach eine größere Kraftabkupplung. Das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, was für ein geheimnis Autonium hat, aber auf jeden Fall funktioniert das. Würdest du das jetzt nochmal kaufen und probieren? Ja, definitiv. Wann muss er das immer machen? Ja. Also eine Anwendung, einmal zum alten Öl, nach dem Ölwechsel zum neuen Öl, das hält 40 bis 50.000 Kilometer etwa. Aber der macht natürlich jedes Jahr Ölwechsel? Ja. Und ich habe ja gesagt 10.000. Ja. Das heißt, bei jedem dritten Mal oder vierten Mal? Bei jedem dritten, vierten Mal, ja. Also muss er nicht bei jedem Mal? Nein. Das erste Video mit meinem Golf ist echt super angekommen. Ich hatte sehr viele Telefondate geführt und auf den Messen werde ich angekommen. Aber ich sage, das wird jetzt noch krasser, weil viele haben darauf gewartet. Ja. Und wenn wir jetzt so ein Ergebnis sehen. Ich will nochmal hier kurz was zu der Messung sagen mit den 131 PS. Also da gibt es wahrscheinlich auch ein paar bei, die dann denken, oh, ein wird weniger wie vorher. Aber das kann natürlich so ein Mittel kaum möglich sein. Da ist ja kein Sand drin oder so. Was ist das jetzt irgendwie? Ja. Das wird tatsächlich wegen der Temperatur gewesen sein. Kommen wir doch. Drei PS mehr. Ja. Kommen wir auf vier PS. Was war alles drinnen in diesem Golf? Nur den Motor bearbeitet. Einmal zum alten Öl dazu. Ja. 1.000 Kilometer gefahren. Öl gewechselt. Dasselbe zum neuen Motoröl dazu. Dann nochmal 2.000 bis 3.000 damit gefahren. Jawohl, richtig. Also so viel braucht das Mineral, bis sich eingearbeitet hat. Wir hatten so einen Spritverbesserer. Genau. So ein Spritverbesserer. Die drei Sachen hat man schon genutzt. Also das reinigt die Ventile und das Kraftstoffsystem. Das ist auch alles unten verlinkt. Wir stehen so kurz vor Einführung. Die ersten 100 Besteller. Da werde ich fünf solche Klimakanäle, Reiniger oder Desinfizierer. Das stellt man im Auto auf, drückt auf den Knopf und lässt die Klimaanlage auf Umluft, auf die niedrigste Stufe laufen. Das kann ja wie mein Mercedes gut gebrauchen gehen. Ja, stimmt. Nach so viel langen. Schau mal, das funktioniert so. Ja, das kenne ich. Genau. Ach so. Zack. Im Auto aufstellen. Und dann einmal drauf drücken und dann durchdrücken. Korrekt. Ja, das ist geil. Aber danach ganz, ganz wichtig, wenn du sowas benutzt, Leute. Ihr dürft ungefähr zwei Stunden nicht ins Auto rein. Also danach lüften. Natürlich. Lüften und zwei Stunden am besten nicht ins Auto rein. Ganz wichtig. Da ist Eukalyptus und nicht irgendein süßer Geruch, weil Eukalyptus hat eine bessere reinigende Wirkung. Wie gesagt, unter den ersten 100 Bestellungen, da packe ich das mit dazu. Und als kleines Bonus, als kleines Dankeschön. Nach dem ersten Video ist schon ganz gut angekommen. Wir haben sehr viele Bestellungen. Danke fürs Vertrauen voraus. Jetzt habt ihr die Bestätigung und schreibt bitte in die Kommentare. Schreibt Plus oder Minus. Ich bin für jede Kritik offen. Jetzt haben wir den Golf abgeschossen. Endgültig. Video hat für sich gesprochen, würde ich sagen. Und das ist Wahnsinn. Alles unten verlinkt. Und ja, Andreas, du lässt mir natürlich noch ein paar Produkte für den Mercedes da. Ganz wichtig. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wer besucht. Bis dann. Und rein. Ciao. Ciao. Ciao.